Hallo Leute und herzlich willkommen auf den Heavy War Server bei Gun Game wir Call of Duty spielten Müsst ihr Gun Game kennen Man fängt mit dem Goldschwert an wenn man quillt, kriegt man halt immer bessere Waffen dazu Hier ist es halt so, am Anfang hast du Goldschwert und ähm, das Beste ist, wenn du gewinnst wenn die einen mit der Angel füllt und ähm, ich hab hier jetzt Holzschwert wenn ich jetzt noch ein kühle, hab ich Sternschwert dann halt immer so weiter ja der hat ein Steinschwert und der packt damit den gekölzt hab ich einen Steinschwert Nein! Alter, der hat schon... das ist... Nein! I'm stuck jetzt bin ich wieder bei Goldschwert C'mon! Wie viele Leute da drauf kommen wollen denn hier? Loll, ich hatte noch fünf Leben. Ja, Schwert hat der. Puh, mein Gott. Also wenn ihr da den Anfang verteilt, dann hast du nicht mehr viel Chancen. Na, der hat gewonnen, oder? Hat der schon gewonnen? Ne, noch nicht. Ich hätte gedacht, der hat gewonnen. Doch, der hat gewonnen. Ja, das war's auch von der Runde Gangehen. Da auch nicht sogar. Dafür werden davon mehrere Folgen kommen. Und ja, bis bald, Leute. Bis bald. Tschüss.